Die Mütterrente soll wegfallen. Ist das wirklich so? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24d. Ja, meine Damen und Herren, seit vielen Wochen, seit Monaten, seitdem es sozusagen dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht gibt über den verfassungswidrigen Haushalt der Bundesregierung aus dem letzten Jahr, geistern ja hier in Deutschland ganz, ganz viele Meinungen und Vorschläge herum, dass die Renten zu kürzen sind. Ich hatte das ja auch in einem entsprechenden Beitrag schon kürzlich mal aufgeworfen, dass sozusagen 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner hier bestraft werden sollen dafür, dass hier die Bundesregierung nicht in der Lage ist, einen ausgeglichenen Haushalt hinzulegen. Ich hatte ja da auch einen Vorschlag gemacht, denken Sie doch mal über die Einführung einer Vermögenssteuer für die Superreichen nach. Aber das soll nicht das Thema sein. Ich bekomme immer wieder ganz, ganz viele Anfragen zum Thema Mütterrente 1 und 2 und da war auch letztens wieder eine Frau dabei, die sagte ganz einfach, Leute, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Ich brauche das Geld, ich brauche diese Euros, die ich durch die Mütterrente 1 und 2 bekomme. Ich habe nämlich Kinder erzogen und die auch letzten Endes dann wiederum in Lohn und Brot sind und arbeiten und für den deutschen Staat ja auch was machen. Steuern zahlen, Beiträge in die Rentenversicherung einzahlen, in die Krankenkassen einzahlen und, und, und. Wenn man mir jetzt meine Mütterrente 1 und 2 wegmimmt, dann finde ich das nicht in Ordnung. Kann das eigentlich passieren? Wie ist da die Rechtslage? Ja, meine Damen und Herren, aktuell gibt es überhaupt keine Bestrebung durch die Ampelregierung, dass hier sowas passieren soll. Diese ganzen Vorschläge kommen ja immer wieder von irgendwelchen Wirtschaftsweisen oder von Wirtschaftslobbyisten, die der Meinung sind, dass es den deutschen Rentnern einfach noch viel zu gut geht und deshalb kann man ja hier was wegnehmen. Ja, aber so einfach ist das nicht, meine Damen und Herren. Grundsätzlich gilt ein Eigentumsschutz nach Artikel 14 Grundgesetz und zwar für alle Bestandsrentnerinnen und Bestandsrentner, die die Mütterrente 1 und 2 bekommen, die Kindererziehungszeiten bekommen. Wenn Sie also schon eine Rente haben und die Mütterrente 1 und 2 da drin verarbeitet ist und Sie auch da deswegen eine höhere Rente bekommen, je nachdem, wie viele Kinder Ihnen dazugerechnet worden sind, dann kann man da aus meiner Sicht an die Rente nicht mehr rangehen. Das ist das eine und zum anderen kann ich Ihnen jetzt schon sagen, da hat man auch die Rechnung nicht mit dem Wirt gemacht, denn die CSU zum Beispiel hat ja für die Mütterrente 2, die zum 01.01.2019 gekommen ist, massiv geworben und gekämpft. Hier glaubt doch wohl niemand in Deutschland, dass die CDU, CSU an die Mütterrente 1 und 2 rangeht, denn wenn das nämlich passieren würde und darüber sind sich die Herrschaften in Berlin mit Sicherheit bewusst, dann gibt es hier richtig Ärger, denn dann würden nämlich, wenn es dazu käme und die Renten dann gekürzt werden, würden viele Mütter, die gerade wegen der Kindererziehung, wegen Teilzeitjobs und so weiter wenig Rente haben, auf die Barrikaden gehen und dann brennt hier in Deutschland die Luft, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, dann würde es auch dicke werden für die Politik und ich kann mir nicht vorstellen, dass man diesen Irrsinn betreibt und die Mütterrente 1 und 2 wegnimmt, denn dann müsste man wirklich auch für alle anderen Berufsgruppen wie Beamtinnen und Beamtenpolitiker und wer auch immer sämtliche Mütterrenten streichen, zumindest zukunftsbezogen, dann für Neurentner das alles wegstreichen und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, gerade in Zeiten der Demografie wäre das ein fatales Zeichen, denn dann sagen ja die Leute, warum soll ich noch Mütter, warum soll ich dann noch Kinder gebären und erziehen, wenn ich dann über die Rente hier keinen Ausgleich bekomme, dann macht das für mich keinen Sinn mehr und dann wird ja die Situation in Deutschland noch viel, viel schlimmer. Also meine Damen und Herren, ich kann Sie alle erstmal nur beruhigen, im Rahmen der aktuellen Rechtslage und das, was ich alles so beobachte, jetzt ist August 2024, ist nicht erkennbar, dass die Ampelregierung an die Mütterrente 1 und 2 heran will. Wie das dann in der Zukunft aussieht, weiß natürlich kein Mensch. Wir haben nächstes Jahr Bundestagswahlen, vielleicht sogar haben wir dieses Jahr schon Bundestagswahlen. Wir wissen ja nicht, welche Auswirkungen die drei Landtagswahlen in Ostdeutschland haben, die im September 2024 kommen werden auf die Ampelregierung. Das weiß man alles nicht, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass hier irgendeiner der politisch Verantwortlichen an die Mütterrente 1 und 2 herangehen wird und diese dann für die Mütter streichen möchte. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, 9 Millionen Mütter werden davon betroffen. Das würde einen Riesenknall in Deutschland geben und dann weiß ich nicht, was hier los ist, wie dann die Situation ist, ob die Leute auf die Straße gehen, dann streiken und welche Auswirkungen das haben kann. Auch auf die politisch Handelnden halte ich letzten Endes so, dass die politisch Handelnden damit letzten Endes politischen Selbstmord betreiben würden. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.